Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Willkommen zur nächsten Folge der Halbenstunden-Party. Joa, wir sind fleißig dran, hier die Felder abzuernten, aufzubauen und so weiter. Wir haben einen vollen Terminkalender. Leider ist unser Konto noch nicht so voll wie der Terminkalender. Aber wer weiß, auch mal kennt man sich das ja im Laufe des Spiels irgendwann mal. So, der fühlt sich ja hier ratzfatz. Ich mach grad mal den Helfer aus, wenn es euch gestört. Fahr den Rest selber. Erstens geht's schneller. Er fährt mit 5, ich mit 8. So ein 3 kmh Unterschied. So, das kleine Stück hier noch abernten. Wunderbar. Wunderbar, warum fährt er denn jetzt vor allem an 9? Die ganze Zeit fuhr dieses Wix-Ding nur 8 kmh. So, wunderbar. Das haben wir hinter uns. Boah, mega Hänger. Ich wollte grad sagen, jetzt stürzt es ab und so. Und wir dürfen alles nochmal von vorne anfangen. Moment. Kurseshalber. Ich hab momentan leichter Panik davor. Nochmal den ganzen Dreck hier absamen und so. So, einmal in den vordersten. Dann klabbern wir das Ding hier mal kurz zusammen. Damit es nicht arg zu viel Platz wegnimmt. So, setzen wir mal spontan zurück. So, sollte klappen. Ja, wunderbar. Das Feld haben wir schon, das haben wir schon. Und wir sind am nächsten riesen Ertragsfeld dran. Dieses Ding wird uns echt viel Geld bringen. Davon gehe ich einfach mal aus. Ich hoffe, es ist einfach. Bleiben wir mal so. Genau wie das linke Feld hier neben uns, wird auch einen guten Ertrag bringen. Definitiv. So. Das wächst erstmal komplett fertig. Vorher rühre ich da keinen Finger. Er grobert weiter. Er sprüht weiter. Wir bringen schon mal den Rest hier weg. Wow. Erstmal zur Straße finden irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ah, da hinten. Na, okay. Dann können wir auch hier weiterfahren. Somit stören wir keinen mit unterer schweren Last. Na, Achtung. Wir kommen. Ah, da ist die Hupe. Die Pferdelein und sie scheint hübsch zu sein. Ich kenne nicht ihren Namen. Ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt. Typisch Frau. Da, 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 da. Hallo. Ihr fahrt wie die letzten Säule. Wisst ihr das? Keine Vernunft, keine Anstrengung. Nix. Nix hat eure Amateur euch beigebracht. Sehr beschämend für mich. Nein. Raus hier. Raus. Nein. Mach keinen Wiesen jetzt, bitte. Okay, ich komme hier raus, oder was? Cool. Boah, Glück gehabt, Leute. Was hätten wir in der Garage festgehalten? Oh, Mann. Das heißt, es ist erstmal Richtung Hafen. Vom Hafen aus, dann, ja, wieder zurück. Wir haben 18 Tonnen. Momentan, scheiß. Oh, ist gestiegen. Der Wegner hier hat sich verloren. Der Preis ist gestiegen, tatsächlich. Oh, nicht ins Wasser fahren. Dann wird der ganze Enttrag auf null reduziert. Okay. Mal den ersten entfernen. Wir sind aber auf einem guten Weg, so wie das aussieht. Was hat er denn jetzt? So, dann haben wir das alles erledigt. 154.000. Langsam, aber sicher. Machen wir fette, fette Kohle. Aber sehr langsam. Und sehr sicher. Aber das ändert sich ja bald mit dem riesengroßen Feld. Haben das dann geschaffen, glaube ich. Bindestens, wie das aussieht. Das wäre jetzt einfach geil, diesen Berg hier hoch zu rasen. Wow, da hinten sieht geil aus. Und hier nochmal jumpen. Einmal mit Vollgas. Okay, ich habe mir mehr erwartet. Ich habe ihn gewarnt. Auf eine Rechtseite. Ich wollte gerade fast tanken, aber ich habe gesehen, ich habe nur 800 Schlitter. Ich verbrauche ja fast nichts. Wir haben mal hier geguckt. Wir verbrauchen so pro Folge 40 Schlitter Diesel. Wie wir da auch. 20 40 Schlitter. Das geht eigentlich. Ich fahre aber auch viel. Wenn man so die Kilometer ansieht. Wir haben 250 Schlitter Diesel bis jetzt verbraucht. 125 Kilometer ist gefahren. Ist schon arm. Wurt sich ja fast gar nicht zu fahren. Auf 125 Kilometern. Wenn man das mal mit dem Auto vergleicht. 250 Diesel verbraucht. Wow. Überhaupt nicht verschwenderisch. Da wird auch keine Sekunde daran gedacht, dass wir verschwenderisch sind. So. Wohnt sich noch nicht. Wohnt sich noch nicht. Er ist noch fleißig. Er fährt jetzt hier die letzte Bahn ab. Aber ohne Spritze. Also er fährt nicht die letzte Bahn ab. Aber das kleine Stück da spritzen. Das lohnt sich jetzt wirklich nicht. Dann haben wir das Feld auch fertig. Was wir machen können ist. Das andere schon mal abern. Was ich da hinten angepflegt hatte. Bis das Feld hier fertig ist. Das dauert ja auch noch seine Zeit. Das klingt doch mal nach einer plausiblen... ...Idee. Was mich natürlich tierisch ankotzt, ist die Geschwindigkeit von diesem alten Ding hier. Das ist ja schon... ...Mopsgeschwindigkeit. Irgendwie habe ich leichte Kopfschmerzen. Das ist auch nicht wahr. Es könnte sein, dass die Folge gleich... ...kürzer wird als geplant. Um meine Kopfschmerzen loszuwerden. Man kann ja gar nicht nach hinten gucken. Hauerei. Ich muss natürlich viel trinken. Es ist nicht gerade kühl draußen. Aber auch nicht heiß. Ich muss sagen würde, hey. Ich fahre geradeaus. Ich bewege mich scheiß. Das scheiß Lenkrad. Keinen Zentimeter. Also jetzt hier an den Pfeiltasten. Ich fahre nicht mit Lenkrad. Also LS13 wird mit Lenkrad gefahren, wenn die Einstellung einfach ist. Sonst natürlich auch nicht. Was jetzt nicht so schlimm ist, glaube ich. Meinst du, dieses Feld hier müssen wir ja auch noch ernten? Also steht da ganz hinten, da wirklich ganz hinten an der Brücke steht der Ding dafür. Der Drescher. Der Drescher. 1,80 groß. 90 Kilo schwer. Und pure Muskel. Der Drescher. Jetzt in ihrem Haushalt. Wie er nach rechts zieht. Wie er einfach nach rechts zieht. Ich mach nix. Dann eiert er kurz und dann zieht er immer weiter nach rechts. Hammer. Mein armer Helfer, der damit immer rumfahren muss. Geht ja auch irgendwann einen Rappel. So. Wir sind angekommen. Nach gefühlten 30 Stunden Fahrt. Um dann jetzt wieder zurückzufahren. Zum Glück nicht so weit. Da vorne ist ja das Feld. Aber mental ist das ziemlich weit. So. 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 Was war das jetzt für ein Problem? Was ist das jetzt für eine coole Macke? Was standen da etwa noch? Oha, da stand irgendwas anderes noch. Ah, er ist auch fertig. Gute Sache. Das heißt, er kann sich schon mal umdrehen. Einfach was... Ja, wir treten es noch ein bisschen fest. Einfach mal hier übers Feld. So. Was nehmen wir diesmal? Nehmen wir... Nehmen wir mal das hier. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Entfalte dich. Gehe an. Und arbeite. Okay. Okay. So, jetzt bewegen wir unseren Arsch mal ganz schnell in die andere Richtung. Okay, das war natürlich gerade ziemlich doof gelaufen, dass da noch irgend so ein anderes Zeug dran hängt. Das heißt, es muss wirklich fein säuberlich getrobert werden. Nice, ja. Okay. Okay. Nice, ja. Wie sieht mit dem Zeug aus? Das sollte ja Weizen sein, meines Wissens. Tut mir leid, wenn ich mich irre. Bringt am Hafen 1766. Naja. Jetzt nicht so der Burner. Aber es ist besser momentan, als gar nichts zu haben. Wir wollen etwas Großes kaufen. Wenn wir das haben. Geht das alles auch viel schneller von sich. So, aber Leute. Heute mal eine kürzere Pause. Mein Copping lässt mich nicht in Ruhe. Und mit Kopfschmerzen Landwirtschaftssimulator spielen. Muss nicht unbedingt sein. Wir haben sehr, 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 sehr viel heute wieder geschafft. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen runter. Wenn nein, macht einen runter. Und begründet es, warum nicht. Meine Fragen sind gestellt. Ich danke euch nochmal jetzt für die Antworten. Und bis zum nächsten Part Landwirtschaftssimulator. Mein Name ist Herbert. Tschüss Leute.